So, ja, ähm, willkommen zum Donnerstags, äh, Donnerstags, äh, Live, aber heute ist, ja, Samstag ist ja auch nicht so wild, äh, wir hauen mal rin mit dem neuen Spiel, würg sagen, einfach mal, wir gehen mal, wir schauen uns das mal an, das Ganze. Okay, uah, was müssen wir denn jetzt, uah, 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 jetzt sollen wir hier unseren, unseren Charakter auswählen, oder, alter Vater, was sollen wir da tun? I know. Oh, aha, oh, aha, oh, aha, hab ich richtig Bock drauf, richtig Bock drauf, grad hier. Gut, okay. Mhm, 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 die Wahl ist schwer, der Qual. Oh, ja, oh, und eine richtig geile Frisur noch, krass. Oh, jetzt ziehen wir unseren hier, ich würd sagen, hier, kurzer, oh, nee, das sieht aus ein bisschen wie bei, äh, wie nennen die sich hier, äh, Stargate Atlantis hier, hätt ich jetzt fast gesagt. Haha. Ne, ich würd sagen, hier, Sub, Sorrelmaker. Mh, Haarfarbe. Schwarz, würd ich sagen. Bart, hier, Vollbart. Ja, komm, nehmen wir auch, gleiche Farbe. Warte, ne Stimme hat der auch. Okay, mal nehmen wir die einfach. Okay, Name, 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 mhm, ich würd sagen, so. Okay, naja, sieht ein bisschen kurios, komisch aus, sieht aus wie einer aus der Wildnis, aber gut, nehmen wir den, ähm, Privat, Hosted, äh, Beitreten, ne, wir nehmen Privat. Äh, Neuspiel. Ja, komm, hau, gehen wir rein. Spielen wir gleich mal, ziehen wir durch. Erstmal Geschichte reinziehen. Jasme. 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 Okay. Okay, hätten wir auch überspringen können. Aber gut. Okay. Okay, unser Charakter, würde ich sagen, wurde geused. Nee, geboren wurde der Ganze. Alter, Vater. Ein bisschen kurios, komisch. Okay, ausgeruht, inaktiv. Okay, 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 okay. Okay, krass. Also, W-A-S-O, ja, okay. Oh, easy. Steuerung, wie immer. W-A-S-D, würde ich sagen. Einfach eiskalt. Nuh, also. Okay. Oh, springt. Hui, Alter, der springt ja wie Spider-Man, Junge. Heftig. Miu. Hallo. Achso, da geht es hin. Okay. Äh... Hallo. Okay. Okay, du hast zu lange geruht. Ähm... Nur ein bisschen, würde ich sagen, ne. Okay, wir haben ein bisschen, äh, zu lange geheiert. Aber gut. Naja, pfff, ein bisschen heiern. Oh, das ist auch nicht schlimm. Ui, 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 ui. Okay, boxen kann er schon mal. Okay. Alter, Vater. Junge, 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 Junge. Uuuh. Übelst, übelst das Biet drauf. Alter, krass. Heftig. Huuh. Ähm, dich erwartet eine große geheimnisvolle Welt, äh, voller Gefahren. Drücke I, um die Karte zu öffnen und die Entdeckung zu... Okay. Rucksack. Alter, was haben wir denn hier alles, Junge? Okay, hier ist die Flammen-Crypto. Okay, das haben wir schon mal gecheckt. Das ist die Queste, die Flamme-Tutorial, das Handwerk. Boah, Handwerk haben wir auch noch. Alter, Vater. Hau mal her. Ich hab mir noch mal richtig was lernen, oder was? Okay, fünf Steine. Okay, wir können bestimmt mit der Faust abboxen, oder was? Irgendwas machen wir hier, bestimmt, soll ich sagen. Also, hm. Ähm, Beanspruch, ein Platz für deine Basis. Okay. Äh. Okay, na ja. Na, ha. Was haben wir hier? Oh, hier so viel Bücher lesen, oder was? Hier geht ja mal gar nicht. Also, lesen ist nicht so mein Fall, würde ich sagen. Ein reines Licht umhüllt das Wissen der Bauernschätze von... Okay, Alter. Klar. Geht los, Junge. Läuft, würde ich sagen. Äh. Hallo? Wie kommen wir hier runter? Hallo? Okay, hier stürzen wir in den Tod. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Kommen wir hier lang? Hallo? Ich glaub, hier geht er lang. Jo. Ah, der Punkt hätte auch vorher kommen können, ne, für Nick? Äh, öffnen. Okay. Ah. Also, so öffnet man denn die Truhen. Man haut einfach mit dem Fuß gegen, würde ich sagen. Tsch. Mach auf. Und mach zu. Was ist das? Bandage, okay. Okay, angreifen. Aha, okay, okay. Oh, hier ist Sonne. Ah, komm, wir sollen gleich zwei eigentlich. Ich hab mal Angst im Dunkeln. Im Dunkeln hab ich Angst. Aber man sagt ja immer, im Dunkeln ist gut munkeln, ne? Hallo? Alter. Okay. Was geht hier ab, Junge? Hallöchen, Popöchen, Junge. Okay, so. Ah, ah, ah. Okay, okay, okay. Okay, easy going. Easy going. Easy going. Aber ich weiß nicht, warum ich... Äh. Ach, dann... Okay. Hm, okay. Hab mich, äh, verlaufen. Hilfe! Gibt's hier auch um. Alles klar, Junge. Wir sind eher cool. Jetzt hauen wir der Fackel erstmal alles kaputt, würde ich sagen. Hier, komm, mach auf. Äh, noch mehr. Also jetzt haben wir ja ein bisschen viel Fackel, ne? Würde ich sagen. Aber gut, könnte man vielleicht alles so gebrauchen hier in der Dunkelheit. Würde ich mal so behaupten. Okay, hier geht es lang. Oh, ey, Johnnies, Junge, Alter. Was geht hier ab, ey? Okay. Ähm, die Flamme ermöglicht es dir, um einmal wieder zu entstehen. Okay. Ja, komm, nehmen wir auch noch mit. Wir haben ja noch genug, ne? Wir haben ja noch nicht zu, zu viel. Was ist das denn? Hallo? Pilze. Pilze. Hm, hm, hm. Okay, wer bist du? Drücke die Tabulatatoste, um einen Gegner anzuvisieren. Okay. Äh, Steuerungen auszuweichen. Okay. Okay, ja, da habe ich aber jetzt ein bisschen Angst hier, ne? Kommt ihr Bären, Junge. Kommt schon, Alter. Wenn ihr mich alles meldet hier. Uh, Schwert. Krasse Sache. Yes, man! Wir metzeln. Krass. Oh, übelster fetter Fight, ja. Na, komm. Nehmen wir mit. Ich weiß mal noch nicht, wofür. Aber wenn wir das mal mit... Kann man das hier auch aufsammeln? Hallo? Na, kann man nicht. Schade. Aber wir haben schon mal ein Schwertchen. Das ist schon mal voll cool. Wir müssen nicht mehr mit der Fackel rummetzeln. Also wir können ganz tiefen entspannen jetzt mit dem, mit dem, äh, weiß ich nicht, Eisenschwert. Ne, rostiges Kotschwert. Okay, wer bist du? Fällst du erwachsen? Oder? Oder ist das in Betracht? Oder ist das in Betracht? Oder ist das in Betracht? Okay. Hm, okay. Okay. Ah, ich verstanden. Hab ich verstanden. Hab ich verstanden. Okay. Äh. Krass. Wo wollen wir denn hier überhaupt hin? Hallo? Ist da einer? Hm, okay. Okay, Stufenaufstieg auf Nummero 2. Oh, freut mich ja ein bisschen. Ein bisschen Unfug hier passiert, oder wat? Oh. Oh, da war der Wein ein bisschen zu doll wohl. An dem Tag. War wohl ein bisschen zu heftig. Die Nacht mit ihm. Alter, üh. Komm, mach auf hier. Okay, müssen wir jetzt die Fackeln eigentlich alle mitschlöpfen, oder nicht? Okay, äh. Alter, üh. Wer bist du? Ups. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ah, hier ist auch irgendwas. Pssst. Alter, was ist los, Junge? Okay. Okay, äh. Ach, Feuerholz. Ah, ein Schild. Aha, okay, okay. Jetzt hab ich den... Achso. Äh, jetzt bin ich schon wieder zu... Ach, der will da lang. Okay, ja. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Bleib doch mal ruhig. Chill doch mal ein bisschen, ne? Wir müssen doch erst mal gucken. Wir müssen doch erst mal die Gegend erforschen. Ich weiß doch gar nicht, was hier los ist. Hola. Mach auf hier die Tür. Geht nicht auf. Hm, ja. Wir sind doch ein Dussel. Hm. Tagebuch eines Hauptmannes. Oh, schon wieder zu fließen. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Halt der in der Krypta bis zu einem... Okay, ja. Gut. Hast du schön aufgeschrieben, finde ich. Finde ich gut. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Ja, hier war der Wein ein bisschen zu doll, glaube ich. Aber ein bisschen zu doll. Die Session hier. Also, die haben ein bisschen... Ich glaube, ein bisschen viel, viel gesnickert. Ja, okay, Alter. Wir setzen uns mitten vorm... Komm, Alter. Läuft, ne? Mit dir. Läuft. Aber wir könnten... Aber wir hätten hier ein Bett sogar, ne? Krass. Hm. Könnten wir uns eigentlich... Könnten wir uns eigentlich niederlassen. Wir sollen ja... Aber nee, wir sollen ja noch ein bisschen laufen. Okay, gibt's ja noch was? Hallo? Alter, wir sind wie Spider-Man, Junge. Okay, wir gehen hier runter. Auf jeden Fall. Wir gehen hier runter und dann ist Goat. Würde ich sagen. Hier runter. Und dann geht das los. Oh, was können wir hier sammeln? Ah, okay. Garn. Ich glaube, Holz. Ich weiß gar nicht, wofür ich das brauche. Aber wir nehmen das erstmal mit, würde ich sagen. Ja, genau. Tritt mal gegen da. Was ist das denn? Äh... Ein Holzpfeil. Ja, komm. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Interagieren mit einem Lagerfeuer. Alles klar. Mit X. Ah, er kann sich... Aha, aha. Okay. Y-Y? Hä? Also... Platziere Nahrung in der Nähe der Aktionsleiste aus und drücke die linke Mautoste, um sie zu kochen. Okay. Ja, ich hab nichts. Ich hab nichts zu futtern. Zu futtern hab ich nichts. Okay, können wir aufstehen. Können wir abhauen. Was ist das? Pilze? Ach nee, das ist bestimmt hier die Nahrung, ne? Die können wir doch jetzt. Wie war denn das jetzt? Komm, das will ich jetzt mal wissen, wie das jetzt funktioniert. Linke Maustaste. Der hat die ja gleich so verputzt. Was ist denn das? Hä? Alter, der sollte die Knochen hier... Äh, was ist denn das hier? Kochen. Zum Kochen halte die... Ah, okay. Wir müssen mal die Maustaste gedrückt halten. Jetzt wird erst mal gegroovt, das Ganze. Okay, jetzt haben wir... Hä? Achso, jetzt haben wir gekochtes... Mh, mh. Okay, können wir... Ja, gut. Okay, wir können los. Wir haben gekocht. Ah, hier gibt's schon wieder ein Buch zum Lesen. Eigentlich doch. Erholsamer Schlaf. Ja, der Schlaf ist immer erholsam. Ja, warum noch nicht, ne? Wurde ich sagen. Würde ich einfach mal so sagen. Jetzt hier. Endlich eine Pause von gemütlichen Arbeiten. Meine Knochen schmerzen. Ja, okay. Ähm... Ja, da würde ich sagen. Weniger Arbeiten. Wäre am besten. Weniger Arbeiten, wäre cool. So, was gibt's hier noch so? Hallo? Okay, hier gibt's nischt mehr. Oh doch, hier gab's noch Garn. Ich glaub, ich hab ich gesehen. Ja, genau. Oh, hier gibt's so viel zu entdecken. Das ist ja... Hallo? Hey, ich will dir nichts Böses. Oder doch? Komm schon. Komm schon. Nimm die Hälst du. Okay, ne Münze. Ne, ne Rune. Okay, ne Rune können wir mitnehmen. Ja, komm. Nimm so'n dicken Stein mit. Sturz ins Verderben. Wir bleiben mal noch. Okay. Alter. Also, das Lesen, das... Das ist das Einzige, was mir so'n bisschen an... ...triggert hier. Das Lesen. Also, auf Lesen hab ich ja echt gar keinen Bock. Ich bin so'n bisschen Lesemuffel. Aber so'n ganz bisschen. So'n ganz, ganz bisschen. So, hier kommt. Nehmen wir auch. Gleich ist die Tasche voll. Und wir kommen hier weiter. Hallo? Oh, was ist denn? Wer bist du denn? Lesen. Lesen. Schon wieder lesen. Seht ihr? Seht ihr schon wieder lesen? Das ist wieder... Ohaah. Lesen. Äh. Die blauen... Ja, okay. Lesen wir später. Zum Lesen kein Bock. So, mach mal Licht. Ich seh gar nix. Hallo? Okay. Ach, Dietrich, hier brauchen wir auch noch. Holy shit. Boah, die können wir auch noch kaputt machen hier. Ja, nun geht los. Nun geht er ab hier, Alter. Oh. Äh. Justen, wir haben ein Problem. Wir haben irgendwas kaputt gemacht, was wir nicht kaputt machen hätten sollen. Okay. Okay. Sieht gut aus. Okay, fuck er gleich kaputt. Hallo? Nee, bloß raus hier. Bloß raus hier. Bloß weg hier. Äh. Äh. Wer bist du denn? Hi, grüß dich. Hier hau ich mich hier mit der, mit der, mit der Fackel in die Nase, äh, an die Nase. Oder in die Augen. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch real. Dinge hier, das ist schon wieder was, was ich nicht einsammeln kann. Rage mir da doof. Triggert mich ein bisschen gerade. Hm. Okay. Naja. Denn. Was ist das? Ernten. Äh. Äh. Ach so, Bienenhonig. Ach gut, okay. Okay, die Fackel ist schon mal kaputt gegangen. Okay. Gut zu wissen. Okay, wir sprinten hier mal durch. Oh, hier fliegt wie Spiderman. Wie Spiderman. Position erreicht. Ja. Okay, haben wir. Und weiter? Äh, mit J. J können wir Tagebuch aufmachen. Okay. Okay. Okay, an dem Standort sind wir da. Handwerk. Wie kriegen wir das? Oh, Werkwagen. Steig. Oh, Bauhammer. Okay, den können wir herstellen. Aber dafür brauchen wir noch Stein. Spitzhacke. Oh, Lagerfeuer. Eine Axt. Eine Fackel. Einen Dietrich. Einen Dietrich können wir auch herstellen. Krass. Können wir die wirklich herstellen? Tatsache, den können wir echt herstellen. Bauhammer. Äh, wozu können wir den Bauhammer? Bauhammer, der Bauhammer. Hammer des Erbauers. Äh, eine Anarchie, das Bauwerk, das von den Flammen angetrieben wird. Okay, ist wie Tor, oder wird? Würde ich jetzt mal so sagen. Ist ja wie Tor. Rucksack. So, wo ist jetzt der Hammer? Da ist der Hammer. Okay. Da ist ein Dietrich. Ein Dietrich können wir nochmal, können wir ein Dietrich da oben hinpacken? Wir müssen Steine. Aber ich weiß nicht, wie kriege ich denn den Stein abgebaut? Moment. Moment. Hier war doch irgendwas mit einer Spitzhacke. Dafür brauchen wir Äste. Wo kriegen wir denn Äste her? Äste. Ich glaube von hier, ne? Hier. Pflanzenreste? Klingt was? Oh, krass. Dsch, dsch. Ich sollte mal nicht... Komm schon. Komm schon. Fall schon. Mach schon. Okay. Okay, im Baum fällen ist denn doch schon ein bisschen... Äh... Äh... Blut. Okay, große Steine kriegen wir nicht geerntet. Okay. Ähm... Da hatte ich nur ein kleiner Stein. Äh... Wolfsgehöil brauchen wir gar nicht. Habe ich gar keinen Bock drauf hier. Hau ab, du. Bock sich der eine. Okay. So. Nenn Flammenaltar. Da können wir... Boah, wir werden angegriffen. Komm her. Komm her, der haue ich welche auf die Nase. Du kleiner Luido. Junge, Junge. Oh, ich habe einen Zauberstab. Einen Zauberstab? Was soll ich mit einem Zauberstab? Hallo. Wir sind doch hier nicht bei Harry Potter. So. Äh... Krass. Ähm... Wir setzen den... Da hin. Krass. Heftig. Heftig. Das ist wirklich heftig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht so. Ich habe ja schon viel gesehen, aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Alter Vater, ist doch heftig. Also, es macht schon geil. Et. Du bist nicht allein. Es gibt noch andere Überlebende. Die Krypte der Erbauer schlummern. Er wecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Äh, sei auf der Hut. Ähm... Okay. Ja, moin. Ja, moin, moin. Okay, Alter. Aufwerten. Stärkeflamme. Ich würde sagen, aufwerten. Was? Irgendeine Seele. Alter Vater. Äh, was ist das denn? Wo kriegen wir denn eine Seele her? No, das kenne ich ja gar nicht. Okay, Harz. Knochen, Knochen kriegen wir. Aha, aha. Okay, da wollen wir runen für. Okay, okay. Okay. Gut, hätten wir gemacht. Was sollen wir jetzt machen? Müssen wir mal ins Tagebuch gucken. In das Tagebuch gucken, das ist immer lustig. Wieder lesen. Mehr lesen als verstehen. Hier in das Ganze. Okay. Die Welt ist verloren, aber ohne... Reise durch Miserung auf der Karte anzeigen. Auf der Karte anzeigen. Ja, okay. Wir sind da. Da wollen wir hin. Okay. Können wir das jetzt irgendwie anpinnen? Wegpunkt setzen. Yo. Hammer gemacht. Ah, wozu ist der Hammer? Ah, okay. Boah. Ey, heftig. Heftig. Okay, jetzt hab ich das verstanden. Jetzt hab ich das Ganze erst verstanden. Also der Hammer ist nicht zum Hauen da, sondern zum Bauen. Krass. Boah, was man hier so alles bauen kann. Junge, 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 Junge. Ho. Hier Pyramiden und sowas. Hier Dächer und... Okay, aber dafür müssen wir ja ein bisschen, äh, noch, äh... Ja, ein bisschen mehr in Erfahrung bringen, würde ich einfach mal so sagen. Ähm, okay, der Bauhammer ist also Müll. So, Garn. Wo kriegen wir denn Garn her? Garn, Ressourcen, Pflanzenfasern. Die können wir aber herstellen. Gut. Den hätten wir... Den könnten wir uns noch eine Werkbank herbauen. Den bauen wir uns an der Werkbank. Ein Lagerfeuer bauen wir uns auf jeden Fall auch, ne? So, müssen wir ja haben. Ne... Oh, hier ne Keule, Alter. Hihihihi. Ein Bogen. Ein Zauberstab. Ein Zauberstab mit Knochen. Was haben wir denn da? Waffel ist für mittlere Entfernung, mittlere Stufe 1. Okay. Magiestab. Also, der sieht ein bisschen aus wie Gandalf, sein Stab hier, würde ich sagen. Junge! Rüstung, Lumpen. Da brauchen wir auch wieder Garn für. Und dafür brauchen wir nur ne Hose. Aber dafür brauchen wir immer Garn. Immer, immer Garn. Okay, das haben wir hergestellt. Okay, 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 okay. Ein Flammenalter haben wir hergestellt. Das haben wir hergestellt. Gut. Boah, es ist ja schon dunkel geworden hier in meinem Dörf. Was ist denn das für ein Quatsch? Eher, 90 Grad drehen. Ich würde sagen, wir bauen alles mal ein bisschen dicht. Okay, große... Alter, was... Ah, ein Gleiter auch noch. Okay, okay, jetzt... Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Jetzt können wir dann auch schon mal wissen, wo das herkommt hier, das Ganze. Okay, manuelles Handwerk haben wir denn hier. Ja, nur Holzfäller-Ecks wäre cool. Dafür brauchen wir wieder Garn. Aber gut, wir haben ja noch ein Lagerfeuer. Entschuldigung, ich habe ihn nicht. So, ich würde sagen, ich baue das Ding hier gar nicht so weit weg, weil ich habe gar keine Lust, so weit zu laufen. Oh, was ist da drüben los? Krass. Boom, Junge. Was geht? Was geht? Ey, was geht, Alter? Ich bin He-Man. Wer bist du? Okay, du warst He-Man. Oder warst du? Oder warst du? Nö, ich bin He-Man. Bam, Junge, komm her. Alter, krass. Oh, krass. Heftig. Oh, yeah. Gemetzelt. Okay, genug gemetzelt. So, wie kriegen wir das? Ja, lol. Oh, jetzt sind wir mal schnell hier. Ich mach mal einen auf Speed. Okay, also man... Also im Dunkeln sieht man kaum was. Muss man arg grob raten, wo das hier ist. So, was ist denn das? Da liegt was. Das hab ich nicht gesehen. Och, ein Tierchen. Och, Gott. Oh, Gott. Also wirklich. Wir hätten das da hingelüchtigt. Nee, das weiß ich. So, äh, wir breiten uns mal kurz hier ein bisschen Fleisch. Das hab ich ja schon rausgefunden, wie das geht. Und zwar kochen, ans Lagerfeuer setzen und, äh, Fleisch über die Flammen halten. Das hab ich schon rausgefunden. Haha. Wie ist das mal ein Vorteil? Oh. Sonst wird's gleich schwarz. Haben wir gleich schwarzes Fleisch hier. Verbrannt bis zum letzten Ende. Okay, haben wir. Gut. Haben wir auch was zu futtern. So, dann müssen wir jetzt nur mal gucken. Kriegen wir den jetzt eigentlich aufgewertet? Nee, ne? Nee, dafür befüllt uns ja die Seele. Die hab ich noch nicht rausgefunden, wo die gibt. Ja, gut. Tierfell hab ich ja noch. Ähm. Wie war denn das jetzt? Oh, ich hab das schon wieder vergessen. Oh. Oh, ich bin so knülle in der Birne. I. Handwerk. Genau. Ja. Guten Abend, Seid. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen im Abendprogramm. Heute ein bisschen später als gewohnt. Ähm. Wir machen, herstellen Holzkeule. Keule. Keule auf jeden Fall. Ein Schild? Nee, brauchen wir nicht. Aber eine Axt bräuchte ich noch, ne? Dafür bräuchte ich Äste. Aber ich hab Angst, im Dunkeln rauszugehen. Weil ich krieg wieder welche auf der Fress. Hm. Hm. Schlecht, schlecht, schlecht. Würde ich sagen. Guten Abend. Ich würd sagen, wir gehen doch mal im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ähm. Nee, das ist ne Steinspitz-Axt. Okay, das ist... Komm, hau drauf. Hau drauf. Gib's ihm. Hey, 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 hey. Kein Loch. Oh, Alter. Wir wollen doch nicht in Gold graben hier. Wir sind doch nicht bei den Goldschürfern, Junge. Boah, was ist los mit dir? Heftig, Junge. Also im Dunkeln. Können wir ganze Berge abholen mit dem Ding. Oh. Wir holen uns dann bald die Füße kaputt hier mit dem Teil. Yes, man. Boom, Junge. Oh. Berge abgebaut. So, wieder mal ein paar Steine plündern, 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 plündern. Das war aber nicht ich. Ich war das nicht. Der daneben war das. Der hier drüben. Der da. Der da. Ich hab's genau gesehen. Der war das. Der war das? Das hab ich genau gesehen. Also es ist auf jeden Fall kalt. Wir brauchen mal ein bisschen Klamotten. Klamotten brauchen wir auf jeden Fall. Die müssen wir uns mal organisieren. Aber ich würde sagen, Holzfasern. Wo kriegen wir das jetzt her? Hier, Fasern. Zap, zap. Nehmen wir mit. Jetzt hat er den Honig da vom Baum geplündert. Die Sau. Mach mal ein bisschen Licht. Ich hab Angst im Dunkeln. Bin so ein bisschen ängstlich. Glühwürmchen. Futtern. Boah, hier, Alter. Hoho, krass. Dieser Baum, Junge. Ab geht die Fahrt. Komm, Glühwürmchen sammeln wir ein. Oh. Komm her. Komm, mir ist kalt. Gib mir mal dein Fell. Geh damit. Geh damit. Geh damit. Äh. Oh, war das? Was war das denn eben? War das eben ein Riesen-Karnickel oder was? Oh, hoho, hoho, hoho. Das war Karnickel XXL-Style war das. Junge, Junge, Junge. Krasse Sache. So, okay, wir könnten jetzt, wir könnten uns jetzt Garn machen, genau. Ähm. Okay, da hätten wir schon mal ein bisschen Garn, dann könnten wir uns eine Holzfäller-Axt herstellen. Und Lumpen, endlich. Das ist mal nicht mehr so kalt, finde ich. So, achso, ja, da sollen wir ja gleich mal hin. Fertigkeiten, okay. Okay, wir haben noch ein Fertigkeitsmenü. Das habe ich jetzt nicht gewusst, das hätte ich vorher wissen sollen. Das hätte ich vorher gucken können, finde ich. Okay, also das ist Krieger, Überlebender, Assessine, Überlebender. Aha, okay, okay. Das, äh, Zauberer-Gund. Okay, also man kann sich jetzt hier aussuchen, in welche Richtung man denn gerne gehen möchte oder wie. Also Tank, Kampfmagier, Heiler, Zauberer, Gauner, Assessine, Überlebender, Athlet, Barbar, Krieger, Tank. Hm. Okay, also da könnte man sich das jetzt aussuchen, wo man jetzt hingeht. Also das ist jetzt schon mal cool, das Ganze, finde ich. Entschuldigung, wollen wir mal kurz Nase putzen. Okay, also, ja, auch, ja, auch, ob Fernkampf oder Nahkampf, ja, ist schon, äh, äh, also finde ich jetzt, ist jetzt schon ganz cool, aber man müsste jetzt mal wissen, was, was kann hier, ne? Also das ist jetzt gnadenloser Angriff für einen gnadenlosen Angriff, in dem du E drückst und meinen Gegner um dich überwältigen. Okay, und das ist eher ein Schleichangriff. Okay, das ist Steinmetz und das ist Erlöser. Du benötigst nur drei statt sechs Sekunden, um einen Verbündeten wiederzubeleben. Okay, Verbündeten haben wir nicht, wir spielen in der Singleplayer-Welt. Das habe ich schon mal rausgefunden. So, Holzfäller und gut achtsam. Okay, hier brauchen wir nur ein Konstruktion. Was haben wir hier? Konsti, äh, erhöht deine Konstium Attribute um eins. Hier genauso. Also, okay, Stärke, erhöht die Stärke, Stärke. Kondition, Kondition haben wir da. Willenskraft. Okay, ich würde sagen... Oh, komm, komm, freigeschaltet. Okay, was haben wir hier unten? Glänzende Platte... Okay, Alter. Oh, heftig, was ist das denn? Ho, 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 ho. Okay, ich hätte mal vorher gucken sollen. Äh, Alter, was ist das für ein Lebensbaum hier, Junge? Ist ja mal hardcore. Okay, man hätte... Toch, heftig. Erhöht die Intelligenz. Da würde ich glatt... Da würde ich doch glatt hier lang noch gehen. Ja, die nehmen wir auch nochmal mit. Also, das mache ich mal. Äh, wir probieren das einfach mal aus, ein bisschen, würde ich sagen. Und dann werden wir mal gucken, wo wir dahin gehen. So, wir haben eine Ausrüstung. Die können wir anziehen. Die sehen wir nicht mehr so schlimm aus, ne? Also, wir haben schon mal ein paar Lumpen an. Fernkampfwaffe haben wir keine. Ein Schild haben wir auch keine. Rucksack haben wir keine. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Stiefel haben wir nicht. Haben wir alles nicht. So, im Rucksack haben wir ein bisschen viel. Wir haben eine große, fette Steinaxt. Den können wir damit reinlegen. Aber wir könnten uns noch einen... Okay, ich würde sagen, den packen wir da hin. Dann packen wir das da hin. Ähm, den Verband würde ich da oben hin packen. Den Wachs würde ich da hin packen. Und ich würde vielleicht... Okay, wir hätten... Okay, ich bräuchte ein Bett, aber... Ich müsste auch jetzt erstmal da hin laufen. Ähm... Sitzen, schlafen. Ja, sitzen, schlafen ist immer ganz cool, ey. Okay. Ähm... Wir können mal hier kurz... Hier, wir gehen mal hier kurz ran. Ähm... Pflanzen, Faserdach, Greifhaken, Komfort ist eine Lichtquelle. Das sind Glühwürmchen. Brauchen wir nicht Greifhaken? Gleiter. Gleiter wäre ja cool jetzt, aber... Okay, das ist Stauraum. Dafür brauchen wir Garn. Garn und... Okay, Mobil, ja. Garn. Okay. Okay. Äh, 400... Äh, 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 schlag mich tot an, Meter. Da laufen wir jetzt hin. Du, 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 du. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt eigentlich... Moment. Ich muss nochmal... Kurz in meinen Rucksack gucken. Also, das ist eine Axt. Ah, ich wollte mir noch ein Dings herstellen, Mensch. Äh, ih. Handwerk. Ich kann mir doch... Einen Zauberstab herstellen. Wie bei Harry Potter. Und der Steine weisen. Oh! Krass. Piu. Okay, äh, ob der so cool ist, weiß ich noch nicht. Werden wir bestimmt nochmal rausfinden. In den entferntesten Tagen der, äh, Tage. Was ist das hier? Ey, ist ja Glipper, oder was? Okay, äh. Ich hab keine Ahnung, wo wir hier sind. Hallo? Krass. Hokus, 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 hokus. Fidibus. Ich war's nicht. Ah, ah. Okay, hier geht's runter. Äh, die... Hallo? Herzlich willkommen in meinem Paradies. Dir hau ich welche mit der Fackel vor die Nase. Sag mal hier, nicht so, ne? Freundschön. Bärm, Junge. Und dies. Okay. Also die Geräusche von denen hören sich echt mal, äh, bl 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 Okay, aber es ist blöd, dass man immer so immer eine Fackel dabei haben muss. Finde ich ja blöd, echt. Geh weg hier, sei euch. Oh, war das da? Genau, Trittmarke. Metall-Streit-Kolben. Krasse Sache. Den können wir mitnehmen. Achtung, Achtung, Achtung. Im Isamalan ist Achtung. Okay, wir sollten hier wieder raus. Aber ganz flinke Füße. Okay, 500 Meter. Uh, raus hier. Okay, das mit der Leiste. Okay, man hat... Ah, okay. Hat man jetzt in diesem... Okay, okay. Hat man da jetzt nur die Zeit oder wie? Na, komm, komm. Jetzt hau mal rein hier, ne? Nahrungstyp bereits aktiviert. Okay. Hm. Wie lange isst du denn? Er hat bestimmt Hunger. Er hat bestimmt... Oh, hey, das Ding ist ja mal heftig hier. Was hat der denn? Rucksack. Komm, hier, den können wir... Dann machen wir das so. Oh, ne, haben wir... Ey, wir haben zu viel... Ganz ehrlich, wir haben echt zu viel Schrott am Mann. Finde ich. Wir geben auch jeden Scheiß auf, finde ich. Oh, was war das denn eben? Das war ja mal eben ein Frettchen oder was? Okay. Danke für den Hinweis. Danke. Okay. Äh, okay, Fakkel ist kaputt. Aber hier waren wir doch schon. Also... Hä? Wir sind doch hier vorhin? Ja, wir haben da unsere... Wir haben auch da unsere Base gebaut. Wir haben auch da unsere... Muss ich jetzt nicht verstehen. Ja, da. Und da waren wir doch vorhin in Glutwacht. Wir sind doch so, so, genau. Ach, ne. Kann ich nicht verstehen. Verstehe ich schon wieder nicht. Muss ich auch schon wieder nicht verstehen. Das Ganze. Das ist schon wieder so für mich so... Yay. Alles ist neu und alles muss erkundet werden. Okay. Äh, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Da gehen eben die Lichter an. Äh. Ja, ist cool. Ist eine Brücke mit Lampen. Komme ich nicht rüber, oder was? Du kommst hier ohne Greifhaken nicht weiter. Suche stattdessen einen Weg durch das... Äh... Negativ. Ich gehe da nicht runter. Kannst du vergessen. Bin doch nicht Knücke, oder was? Was brauchen wir für einen Greifhaken? Kriegen wir denn einen Greifhaken? Haben wir denn schon einen Greifhaken? Können wir den Schein bauen? Lumpen, Magierstab, Garn, Bandage, Werkbahn, Lagerfeuer, Spitzhacke, Garn, Keule, Bogen. Hätte ich jetzt eine Werkbank hier und würde ich, äh, an meiner Werkbank stehen, glaube ich, würde ich gucken können. Und ich denke mal... Oh, schon wieder lesen. Belangert von der Brücke Angreifer, die wahnsinnig... Okay, Alter, Alter. Komm mal rauf. Sagt mal gegen. Ja, Bandage nehmen wir mit. Weiß zwar noch nicht, wofür die ist, aber wir nehmen das erstmal mit. Und wir können uns hier erstmal hinknacken. Aber wir haben hier keine Wärme, ne? Ich laufe hier nicht durchs Mesa. Kannst du vergessen, ist nicht. Habe ich Angst, wo ich... Nö, 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 laufe ich nicht durch. Gibt doch einen anderen Weg. Den finde ich schon. Und ich geh da nicht durch. Nö, will ich nicht. Ich geh da nicht durch. Ich hab Angst, wo unten drin ist. Komm, ich geh mal her. Ich tritt mal gegen. So, lesen. Wir sind beunruhigt. Ach, komm, lesen. Das ist immer so. Komm, Fackel nehmen. Ich will da nicht durch. Nein, ich will da nicht durch. Ich will da absolut nicht durch. Kann man? No, kann man. Kann man. Dann machen wir das. Dann machen wir dies. So, wieder zu Hause. Yay, wieder zu Hause. Zu Hause ist am schönsten. Greifwagen. Wann haben wir denn? Metallschrott brauchen wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Oh, Sporen haben wir auch nicht. Ach, scheiß. Okay. Ja, gut. Geh da halt durch. Ist mir jetzt auch real. Ja, ja, ja. Geh da halt durch. Ist mir auch Robits. Ein bisschen was haben wir ja noch. Ein bisschen was haben wir ja noch. Also von daher können wir ja. Wir haben eine Fackel noch ein paar. Wir haben einen Metallsternstreitachs. Einen Schwert. Ja, von daher. Können wir durchlaufen. Sind der, der, der Kulisaritäten da unten drin? Ja, ja. Warten wir nicht. Also von daher. Okay. So, hier rechts abbiegen. Links abbiegen. Mitte durch. Ah, ich verlaufe mich bestimmt wieder. Bleib, bleib auf dem, Moment. Ähm, bleib auf dem Pfad. Okay, wat für ein Pfad. Ik seh hier geen Pfad. Ja, komm. Wir sollen hier auf dem Pfad bleiben. Bleiben wir auf dem Pfad. Du, 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 du. Hör, was ist das denn? Oh, Alter. Bam, Junge. Boom, Alter. Hier, hauen wir weh hier. Junge, Junge, Junge. Äh, Rucksack voll. Dat ist schlecht. Meine Tasche ist voll. Das ist schlecht. Meine Tasche ist voll. Holy moly, meine Tasche ist voll. Holy moly, meine Tasche ist voll. Oh. Heiltrank. Oh, okay. Cool. Können wir doch mitnehmen. Gebe her. Schmuck. Hab ich. Können wir anlegen. Ist egal, wie das erstmal aussieht, würde ich sagen. Bleib auf dem Pfad des Ungewissens. Ansonsten verschwindest du. Bis zum Nirgendwo. Okay. Ich will hier weg. Ich hab hier Angst. Okay, wir müssen hier hoch. Jetzt noch mal ein bisschen Vollgas hier. Oh, krass. Uh. Äh, hallo? Okay. Reinge... Ey, Alter. Ah. Ah. Keine Ausdauer mehr. Houston, wir haben ein Problem. Oh. Dann Houston, wir haben ein Problem. Oh. So. Okay, wir sind wieder oben. Yes. Gerettet. Die Frage ist nur. Braucht man das alles? Also, was ich so immer einsammle, brauchen wir das mal alles? Ach, ich plündere nix. Kann nix plündern. Hab keine Zeit für plündern. Plündern ist... Ja, plündern hätte man können. Aber... Boah. Erstmal durchlaufen. Erstmal alles angucken. Würde ich sagen. Ey. Das ist das Braten, du Dussel. Brate das jetzt, du. Bitte. Das sieht doch gut aus. So. Okay, hier gibt's einen Stuhl. Können wir uns wieder hinsetzen beim Lesen. Lesen ist wieder wichtig. Müssen wir mal im Auge behalten. Lesen ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig ist das Lesen. Wer liest, der liest. Und wir lesen. So gern. Einfach durchgescrollt. Lastert. Brauchen wir nicht. So. Was haben wir hier? Oh. Okay. Ein bisschen Holz plündern.